So, und damit begrüße ich die Leute auf YouTube auch dazu, zum sozusagen Bonus-Part. Wir adoptieren Katzen. Ich weiß gar nicht mehr. Hier, Spreunerköder. Rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie ging's denn unseren Katzen? Geht's unseren Katzen gut? Geco. 44 von 35. Ja, das sieht gut aus. Allen unseren Katzen geht's wunderbar. Wir springen bis morgen. Ja, dann machen wir mal den nächsten Tag. Ja, stimmt. Die Gemütlichkeit. Wir hatten ja das Problem, dass unser sämtliches Mobiliar ungemütlich wie sauer ist. Da wollten wir ja auch mal Irgendwann was mitmachen. So. Die eine Katze hatten wir fast fertig gestreichelt. Dann trau ich jetzt direkt von euch einen Namen für diese orange Katze. Ja, man muss auch Katzen an einem größeren Bildschirm sehen, Angie. Das geht einfach nicht anders. Wir haben ja noch mehr Katzen. Also, wie gesagt, wir adoptieren die alle. Was hat er eigentlich für eine eigene Stadt? Spielkamerad spielt gerne mit anderen Katzen. Jetzt müssen wir bloß gucken, weil ich weiß tatsächlich jetzt grad nicht, ob das noch reicht, was wir an Deko haben. In Spielzeugen ist es ganz knapp und nur wegen seinem Effekt. Also mit der nächsten Katze müssen wir mehr Spielzeuge anschaffen. Da oben ist auch grad niemand. Da könnten wir auch mal gucken, ob Mitarbeiter-Level up. Hermann, du bist derzeit das niedrigste Level. Du kannst mal ein Level up. So, ähm... Warum haben wir eigentlich derzeit nur Geschäftsmänner, die wir bedienen? Ich will eigentlich alle bedienen. Wir wollten, glaub ich, ursprünglich mal das Gold haben, aber davon haben wir jetzt nicht grad wenig. Du arbeitest auch mit Miezen? Das ist doch schön. Mit Miezen arbeiten ist immer toll. Ich hoffe, die knuddelst du auch ganz viel. Ich nehme noch so ein paar verzauberte Spüle mit. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ursprünglich kaufen wollte. Aber wir können mal hier bei den Kuriositäten machen. Einen Spieltisch, den haben wir noch nicht. Den stellen wir auf. So, der muss natürlich nach oben, weil der gibt uns natürlich noch ein paar Story-Sachen. So. Ähm... Ja, wie sieht's denn komforttechnisch aus? Sniper, haben wir derzeit nur sieben Objekte? Was hast du... Du hast einen Komfort von zehn. Das geht. Ihr habt einen Komfort von 21. Ach, so scheiße, seid ihr gut. Okay, dann... Das ist ein einfacher Stuhl mit einem Komfort von zwei. Der fliegt raus. So, da kommt nochmal ein anständiger Stuhl hin. Seit Sonntag im Tierheim, ehrenamtlich. Ah, das ist doch schön. Gerade so im Tierheim. Ich glaube, da gibt's genug arme Tierchen, die auch auf Adoption warten. So, rufen wir, weiß ich nicht, Abel nochmal an. Okay, hi. Ich mag Abel. Auch wenn er keine Freunde hat. Das hat man hier am Jahresrückblick gesehen. Wer den noch nicht gesehen hat, guckt euch den Jahresrückblick an. Ein Jahr, ein Wolf, 2023. Ein wunderbarer Jahresrückblick. Der Eingang ist blockiert. Warum ist der Eingang blockiert? Und welcher Eingang ist blockiert? Da oben habe ich den Eingang blockiert. Okay, warte mal, dann muss ich's umstellen. So, jetzt muss ich leider erstmal runter. Streudende Katzen sind auf Futtersuche. Wir müssen noch die eine Katze hier streicheln. Ab geht der Wolf und der Wolf geht ab und ich sage, ey, lass was abonnieren. Ach Gott, Fruits. Texte, keine Liedtexte für mich und mich muss man sowieso so nicht abonnieren. Gucken müsst ihr mich. Aber abonnieren müsst ihr mich. Nur gucken. Dazu werdet ihr gezwungen und wenn ihr es nicht macht, dann kette ich euch irgendwo an. Dann laufen den ganzen Tag meine Videos, bis ihr blöd werdet. Gibt es einen bestimmten Zeitraum, bis wann man deinen Jahresrückblick schauen kann? Ja, den gibt es, bis die Sonne explodiert oder YouTube zumacht. Was davon zuerst kommt. Nein, ganz jederzeit. Aber die Benachrichtigung ging nicht vom Abo. Ich habe auch keine gekriegt. Du hast nicht geteilt. Du hast nicht auf Teilen gedrückt. Die Katzen sind großartig. So wie als wenn Babys wirklich süß wären. Ich verstehe dich so gut, Avel. Avel, ich verstehe dich so gut. Ich sehe das wie Avel. Ah, stimmt. Ich kann ja Katzen zurück adoptieren. Hutz, du wirst zurück adoptiert. 2222 nimmt er das Video raus. Hutz, als würde ich das Video runternehmen. Bitte, ja, das meine ich. Für Punks, für Künstler. Ja, komm. Punkparade, du lockst jetzt noch die Künstler an. Jetzt deinen Job. So, die Mitarbeiter können wir auch wieder aufleveln. Ich bin ja der höchste Mitarbeiter, der alles kann und nichts. Aber Hermann wird jetzt erst noch trainiert. Aktiviert die Fähigkeit Katzenpflege. Ich weiß gar nicht, was Hermann gerade alles für Jobs hat. Aber ich glaube, der ist nur Putzdienst. Aber dann kann er die Katzen auch mit versorgen. Ist okay. Aber jetzt glaube ich, jetzt habe ich es kaputt gemacht, weil... Ja, wir haben zu... Wir haben ein Klo zu wenig. Aber Spielzeug geht noch. Aber ein Klo ist zu wenig. Heißt, wir müssen umbauen. Brauche mehr Platz für Klos. Da kann ich nicht hinbauen. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss noch einen Katzenklo-Bereich einbauen. Ich packe es nicht. Kann ich es nicht als durchgängig machen? Ne. Okay. Okay. Ich gehe mal kurz Katzenklo kaufen. Aber Türme, ich bin lieb. Und vielleicht Stuben rein. Vielleicht. Das vielleicht machen wir ein bisschen Sorgen. Arbeitet Frank noch bei dir? Ja, der arbeitet noch bei mir. Ne. Mit Pokémon bin ich noch nicht durch. Aber Infinite Fusion, weil das andere Pokémon derzeit noch läuft, kommt nur alle zwei Wochen. Weil das halt jetzt nicht jeden Tag kommt. So. Großes Katzenklo. Und von mir aus noch so ein mittelgroßes Katzenklo. Und zur Sicherheit nehme ich noch ein Sushi-Plüsch-Tier. So. Und dann platzieren wir nämlich hier oben in diesem Extra-Raumbereich. Wie konnte ich nochmal Sachen drehen? So nicht. Äh, Q und E. Warum hat das das eben nicht getan? Ach, das kann ich nicht drehen. Okay. Okay. Dann platziere ich da nochmal extra Katzenklos. Hat da nun Hutz ein Einzelkatzenklo? Ne, Hutz hat kein Einzelkatzenklo. Wo ist eigentlich mein Spielzeug? Mein Sushi-Plüsch-Tier. Das schmeiße ich auch mal hier oben in die Ecke. Okay. Aber es sind jetzt genug Klos für alle da. Boah, guckt mal. Du. Womit hast du ein... Ach, der wurde nicht bekocht. Okay. Wurde auch nicht bekocht? Nee, für euch ist einfach nur nicht gemütlich genug. Verdammt, das sind diese dämlichen 10 Komfortstühle. Ich brauche ein... Avel. Ich brauche irgendwas aus einer Bar. Irgendwas. Hier einen rustikalen Schrank, den nehme ich dir ab. Und ein Fass. So, dann kann ich nämlich das Ding wegräumen. Weil wir dürfen, was Kneipe angeht, dürfen wir nicht unter Wert fallen. Erstmal, bis ich anderen gekauft habe. Entsprechend muss ich uns ein bisschen mit Deko versorgen. Dass der Kneipenwert nicht runter geht. Dass der Kneipenwert nicht runter geht. Ich kann halt eigentlich nirgendwo noch einen Schrank hinstellen. Hier passt noch ein Schrank hin. So. Nochmal zu Avel rüber. Und mich adoptieren? Nee, ich bin froh, wo ich bin. Muss nicht adoptiert werden. Ich kann nochmal Holzkiste holen. Die macht gemütlich. Was gibt's denn hier noch zum Aufhängen? Oh, für die Kneipe ein Geweih zum Aufhängen. Geweihe fallen auch von selber aus. Daher ist das okay, die aufzuhängen. Ich wollte Stühle. Ich wollte etwas mit hohem Komfort. Was hat denn den höchsten Komfort, was wir derzeit kaufen können? Bezauberte Stuhl wahrscheinlich, ne? Mit 27. Die Räume sehen alle sehr interessant aus. Ja. Die Räume sehen toll aus. So, da müssen wir nur noch irgendwo ein Geweih hinhängen. Ja, da passt das auch hin. Ja, für jedes Motto einen eigenen Raum, äh, klappt nicht. Weil, dadurch, dass ich hier oben den Bereich brauche für diese, äh, für die Story-Sachen, geht mir eine ganze Menge Platz verloren. Und ich brauche halt sehr viel für die Katzen. Und die müssen halt, die Leute müssen halt hinpassen. Das ist mein Problem. Deswegen hat es nicht gepasst, dass ich für jedes Motto was eigenes mache. Außerdem ist leider das Problem, dass es von manchen Sachen, wie zum Beispiel von der Bar, nur eine gewisse, nur einen gewissen Grad an Komfort gibt. Und dann beschweren sich die Leute, dass sie keinen Komfort haben. Deswegen muss ich zum Beispiel diese Bar-Tische komplett, oder diese Bar-Hocker komplett ersetzen. Weil sonst ist einfach der Komfort zu niedrig. Das finde ich schade. Das würde ich mir wünschen, dass das in zukünftigen Updates, äh, gefixt wird. Dass auch zum Beispiel eine Bahn 21er hat. Fände ich schön. Ansonsten würde ich das tatsächlich machen. Das war ja am Anfang auch meine Idee, dass ich das mache. Aber es hat sich... Es hat einfach nicht gepasst. Sonst würde ich das warten. Und ich kann keine zusätzlichen Wände einziehen. Das ist auch nochmal sowas. Ich kann keine Wände zusätzlich machen. Das finde ich extrem schade. So, aber hier oben sind wieder Leute am plaudern. Und da wollen wir natürlich mal reinhören. Bonner, Abel und Matteo sitzen um den Teetisch. Sie beugen sich über eine Karte, reden leise und schauen sich mit schnellen misstrauischen Blicken um. Also gut, was auch immer ihr tut, tut es draußen. Worüber redet ihr eigentlich? Planen die Jungs einen Raubüberfall? Äh, äh, was? Einen Raubüberfall? Geplant? Und uns? Nein, wir... Wir würden nie und nimmer Bonners Kaffeemaschine zurückstehlen. Wir? Nein. Niemals. Nein. Keine Chance. Awe, du bist schneller ausgestiegen als Kalalala beim Pokern. Ach, schon gut. Die Katze ist jetzt sowieso aus dem Sack. Du schon verstanden, Wolf. Wir planen... Ne, wenn hier kein Artikel ist, dann will ich den da auch nicht. Wir planen Raub. Aber... Ein... Ungerechter Sache? Nun, jetzt wo du es weißt, könntest du dich uns anschließen? Bin dabei, klauen wir die Kaffeemaschine. Also gut, jetzt wo du dabei bist, folgendes. Letzte Woche hat Gavin, Bonners Ehemann, Bons Kaffeemaschine weggenommen und sie in sein... Bibliotheksbüro gestellt. Damit Bonner die Finger fernhält. Nur weil es mein Bäuchlein verstimmt, kann man mich nicht von meinem Kaffee fernhalten. Und ich brauche mein Bohnengetränk. Das solltest du aber mal ein bisschen auf deinen Mann hören. Ich bin zwar nicht besser als Bonner, ich trinke zwar keinen Kaffee, aber ich lehne auch Gesundheitsratschläge ab. Aber trotzdem. Und nun zu unserer Mannschaft. Awe, du bist unser Einbrecher. Bonner bietet die Muskeln. Wolf, hier zieht die Drähte. Und ich bin natürlich unser charmanter Gauner. Warum ziehe ich die Drähte? Ich habe von dem ganzen Unterfangen erst vor zwei Sekunden erfahren. Abel, du hast Gavin im Laufe deines Lebens unnötig viele Streiche gespielt. Erzähl uns doch mal bitte, was es mit der Bibliothek auf sich hat. Klar doch, Chef. Immer wenn Gavin die Bibliothek verlässt, verschließt... Immer wenn Gavin die Bibliothek verlässt, verschließt ordentlich. Die Texte sind ja schlimmer als die, die ich schreibe. Du verschließt sie ordentlich. Keine Chance da reinzukommen. Die Fenster sind undurchdringlich. Also müssen wir reingehen, solange Gavin auch drin ist. Mein lieber Mann setzt alles streng um. Es ist leichter einen Gürtel durch die Flughafenkontrolle zu schmuggeln, als an ihm vorbeizukommen. Oder vorbeizuschlüpfen. Bonner, du könntest den auch einfach ablenken oder mal mit ihm ganz offen drüber reden. Ähm, wie viele Katzen fehlen dir denn? Ich hab keine Ahnung. Ach, ich habe unsere gute Freundin Kalalala gebeten, ein Buch aus der Bibliothek zu leihen. Sie und Finlay spazieren morgen wie immer und dann kommen sie auch an der Bibliothek vorbei. Es handelt sich um eine Fortsetzung eines Spin-Offs einer unnötig langen Fantasy-Reihe. Also wird sie sich auf jeden Fall an Gavin wenden, damit ihr ihr beim Suchen hilft. Das wird unser Fenster sein. Na gut. Also wir gehen in die Bibliothek. Carla redet mit Gavin. Aber Finlay ist eine tickende Zeitbombe. Sie wird sich allein in der Bibliothek herumtreiben. Wir müssen sie irgendwie ablenken. Oh, du bist unser Drahtzieher. Was sollen wir mit Finlay machen? Bonner beseitigt sie. Mal steht ihr in Walkman. Matteo versucht sie zu bezaubern. Ähm, genau. Jetzt sie total verzaubern. Der alte Augenbrauenhebetrick wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Also hoffentlich. Da Finlay aus dem Weg geräumt ist und Gavin bei Carla wäre der nächste Schritt die Schlüssel zum Büro zu ergattern, ja? Gavin bewahrt die Schlüssel immer in seiner kleinen süßen Brusttasche auf. Aber hat er nicht einen Ersatzschlüssel irgendwo an der Rezeption erwähnt? Aber knackt den Schreibtisch. Alles klar, Boss. Ich habe noch nie Schlösser geknackt, aber bestimmt kann ich einfach eine Büroklammer knicken und ein bisschen darin herumwackeln. So einfach wie man einem Baby seinen Schlüssel... Wie einem Baby seinen Schlüssel stehlen. So einfach ist Schlossknacken. Ich meine Schlossknacken, je nachdem was es für ein Schloss ist, ja? So alte Schlösser sind ja dafür bekannt, dass sie überhaupt relativ unsicher sind. Aber... Naja... Ich glaube nicht, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Gut, wir haben uns also Zutritt vom... ...zu Büro verschafft. Jetzt holen wir die Kaffeemaschine und schärfen sie aus der Bibliothek. Aber wie? Avald schmuggelt sie aus dem Fenster. Ja, stimmt. Die Fenster sollten offen sein. Moment. Warum sind wir nicht einfach durch sie eingestiegen? Du hast gesagt, die sind undurchdringlich. Checkkarte nutzen. Für ein Schubladenschloss funktioniert das nicht, Ruth. Weil es geht ja um den Ersatzschlüssel für die Bibliothek. Oder fürs Zimmer. Und ich glaube, eine Checkkarte funktioniert nicht bei einer abgeschlossenen Tür. Ich glaube, das funktioniert nur bei einer zuenden Tür. Aber ich bin kein Einbrecher. Ich habe keine Ahnung. Wie dem auch sei, der Plan steht fest. Obwohl, knacken die jetzt die Tür... Kann auch sein, dass die tatsächlich die Tür knacken. Der Plan steht fest. Unsere Rollen sind zugewiesen. Morgen stehlen wir das Ding vom alten Gevel. Oh, ein Gespräch über mich. Darf ich mich eurem niedlichen kleinen Geheimtreffen anschließen? Äh, absolut, ja. Ich meine, nein. Auf gar keinen Fall. Oh, das ist aber schade. Oh, Bonbon, ich habe deine Kaffeemaschine wieder auf Trab gebracht und sie an deinen Lieblingsplatz gestellt, okay? Aber ich kann nicht glauben, dass du bis vor kurzem noch daraus getrunken hast. Dieser Kaffee muss schrecklich geschmeckt haben wie geschmolzenes Plastik. Also gut. Tschüss, mein Lieber. Tschüss, Abel, Matteo, Wolf. Schmolzenes Plastik? Nur denn. Ich bin, äh... Ich glaube, ich gehe nach Hause und träge einen Kaffee. Tschüss. Bonner geht. Du hast Abel und Matteo vielleicht noch nie so enttäuscht gesehen. Das war jetzt, äh, tatsächlich sehr enttäuschend. So, wir können wieder einen Mitarbeiter, du bist unser niedrigster Mitarbeiter. Ne, du musst nicht putzen. Wir haben magische Möbel, du kriegst... Du verbesserst deinen Kochskill. Du bist ja schließlich unser Koch. Laufen die durch die Wand nach draußen? Du meinst wahrscheinlich Laufen. Ne, die laufen nicht durch die Wand nach draußen. Ich habe hier hinten eine Tür eingebaut. Hier kann man rein und raus. Äh, wenn ich die Wände einblende siehst du das auch. Warte mal. Ja. Da ist eine Tür. Wieso habe ich jetzt Bock auf Kaffee? Keine Ahnung, du sollst Bock auf Katzen haben Wir haben hier ganz viele davon Wir sind alle super niedlich Wir haben sogar Hutze den Menschen So, Hermann, du trainierst mal ein bisschen Dein Putzen Andere Seite Andere Seite Hier drüben Hier ist auch eine Tür Ich kann mich auch nicht entscheiden Die sind alle cute Wir haben hier ganz viele Aber ich kann mal Wölkchen wieder zurückkaufen Und gucken, wie es jetzt aussieht Sieht noch gut aus Oh, Kratzbäume Wir haben nicht genug Kratzbäume Auf zum Haustierbedarf Nehmen wir noch so einen rosa Der kann mal hier hinten stehen Obwohl, da kommen die glaube ich nicht mehr durch Ja genau, die dürfen Die müssen dann nämlich noch durchkommen Und dann steht der da Oh, da kommen die aber nicht mehr ins Katzenkloch Ärgerlich Was ist denn hier noch Platz für einen Kratzbaum? Ja, hier kann ich öffnen Dann tausche ich den mit dem Spielzeug Eine Mengkuhn-Katze wäre nice Äh, muss gleich mal gucken Wie sah noch mal eine Mengkuhn aus? Aber ich glaube, wir haben sowas in dem Dreh So, jetzt brauche ich aber einen Namen hier Für unsere ägyptische Katze Und ich suche mir gerade mal ein Bild von der Mengkuhn raus Speedy Ah, das ist eine Mengkuhn Ja, ich glaube sowas in dem Dreh haben wir Ah, von mir aus Das ist das erste, was kam Dann ist das Speedy Jäger, sie findet ihr eigenes Futter Das ist gut Einen weiteren Köder gemeistert Das heißt, wir haben einen Köder jetzt fertig Und ich muss wieder gucken, wie es jetzt aussieht Ähm Sieht noch gut aus Auch wenn wir mit den Kratzbäumen sehr am Limit sind Oh, jetzt gehen alle nach Hause Und eine Katze darf wieder leveln Du bist die lang niedrigste Katze Du darfst hier die Fischer nochmal unterhalten Äh, plus Stressbedürfnis will ich nicht Dann lieber noch ein bisschen für die Fischer Und für die Für die Hexen Sieht aber alles ganz gut aus Oh, da ist wieder jemand, dem es nicht Ach, der hat wieder sein Essen nicht gekriegt Und hier unten sind ganz viele Denen es nicht gefallen hat Sozial Mit denen wurde auch nicht geredet Der hat auch sein Essen Es gibt so viele Leute, die ihr Essen nicht gekriegt haben Wahrscheinlich jetzt am Ende Klar, abends ist es echt schwer Den Leuten ihr Essen noch zu kriegen Ja, ich kann einen Stammgast anrufen Ich will aber keinen Stammgast anrufen Ich will, dass sich die Leute da oben einfinden So, eine Katze ist auf Futtersuche Oh, das ist eine Glückskatze So eine Winkelkatze Die haben wir auch schon fast Die bringt Die bringt einfach mal Geld Okay Überlegt euch schon mal Namen Für Winkelkatzen Brauchst mehr Angestellte Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch mehr Angestellte haben darf Ich glaube nämlich, wir sind am Maximum Ich glaube, wir haben jeden eingestellt, den wir einstellen können Und wofür soll ich mich schämen? Also mache ich gerne, aber wofür? Wir haben halt ein paar Köche Wenig Servierer Sieben von elf Doch, wir können noch Leute einstellen Wartet mal Schwarzes Brett Hier, Dylan sucht nach Arbeit Der ist ein guter Wartungsarbeiter Aber der muss alle Jobs übernehmen Ich brauche einen Namen für Dylan Top Tommy Top Dylan Das finde ich tatsächlich relativ lustig Oh, den kann ich nicht einstellen Ich habe zu wenig Wir heben uns Bob Dylan mal auf Ich habe zu wenig Zeug Dann brauche ich einen Namen für Gwenda Gwenda kann ich einstellen Bob Dylan hat leider die falschen Sachen Und sie ist eine Katzenpflegerin Eine gute Cindy Ist in Ordnung Kantal, nein Dann nehmen wir Cindy Aber ihre Fähigkeiten müssen wir enorm verbessern Ich bin so froh, dass wir den Auto Kauf gemacht haben Ja, ich bin nicht wirklich gut im Servieren Bin ja auch eigentlich nur Organisator Ich bin ja hier kein Mitarbeiter So gesehen Ich bin ja der Manager Ich werde immer von Karens gerufen Ich stelle mehr ein Welches Model? Was? Oder Modell? Wozu müssen wir erstmal leveln? Dann kann ich mehr einstellen Aber die eine muss erstmal gelevelt werden So ist es nix Weil ihre Fähigkeiten sind einfach noch zu niedrig Wegen dem Autokauf Ja, Autokauf ist halt eingestellt Dass ich nicht mehr extra die Zutaten kaufen muss Das ist super Wenn irgendwas leer ist, wird es automatisch für mich nachgekauft So, die Katzen können leveln So Ja, von den ganzen Level 4er Katzen mal eine steigern Und ich kann zum Glück hier unten Weißt du jetzt wieder Gwenda? Ich habe dich nicht Gwenda genannt Ich habe dich Cindy genannt Ist auch super, dass man die Leute einfach nicht mit ihrem echten Namen anredet Sondern mit dem, den man ihnen gegeben hat So Ich kriege direkt hier mal ein bisschen Boost auf alles Autokauf Welches Modell? Achso, ja Nein, nicht Ich möchte kein Auto haben Und wenn, dann Bitte ein teures So, und jetzt mögen die uns wieder nicht Weil die alle ihr Essen nicht gekriegt haben Kommt die aus Marzahn? Wahrscheinlich schon Vor allem ist es heute Nacht von Katzen Das kann passieren Rang 1 Wir haben es mal auf Rang 1 geschafft Die meisten Leute sind zufrieden mit uns Ich kriege das Billigste vom Billigsten Ja gut, was anderes kann ich mir auch nicht leisten Aber trotzdem Mit H-Kennzeichen Auto Kaufkartoffeln Kann schon wieder ein Stammgast anrufen Da rufen wir noch irgendwen an Aber jetzt Jetzt streicheln wir erstmal unsere Glückskatze Ich brauche einen Namen für die Katze Die heißt sogar Glückskatze Das war eigentlich bloß, weil sie so eine Winkelkatze ist Aber die heißt sogar Glückskatze Dann brauche ich einen Namen für sie Lilly? Buddha? Buddha finde ich eigentlich gut Katze Ne, das ist zu lang Aber Buddha finde ich gut Buddha bei die Fische Oh, ich habe keine Köder mehr Auf zum Haus Bierbedarf Gib mir alles, was du hast Ich glaube, die anderen Köder Die funktionieren alles schon gar nicht mehr Wo sieht es eigentlich oben aus? Aha, oben sind wieder Leute, mit denen wir reden können Oh, hallo Wolf Komm, setz dich zu uns Ich wollte gerade Matteo hier fragen, wie sein Tag war Oh, mein Tag Absolut fantastisch Einfach großartig Ich habe die perfekte Kaffeemischung zubereitet Inspiriert von einem Hundespaziergang Von einem Streittelefonat mit Vater Und richtig gutem Hummus Mein, was ist es? Was ist mit dem Hund? Du hast es mit deinem Vater gestritten? Oh, dass nichts Ungewöhnliches Der alte Mann streitet uns Ich und der alte Mann streiten uns ab und zu Also meistens schimpft er Ich sitze nur da und tue so, als würde ich zuhören Es geht immer um meine Ziele Ich tue entweder nicht genug, um meine Ziele zu erreichen Und wenn ich ein Ziel erreiche Dann nur, weil ich mir die Messlatte nicht hoch genug gelegt habe Das tut mir sehr leid, Matteo Das klingt schwierig Ist schon gut So war es schon immer Seit meiner Kindheit Und was auch immer du tust Du wirst nicht so wie ich, sagte er Setz deine Ziele so hoch wie möglich Und gib dich nie mit weniger zufrieden Aber ich fand nie, dass er versagt hat Natürlich hatten wir nicht viel Geld Und ich musste mich abrackern Um meinen Eltern über die Runden zu helfen Aber ich finde, wir hatten eine gute Zeit miteinander Er klingt ein bisschen wie meine Mütter Sie sagen mir oft, dass ich nicht das Richtige tue Oder dass ich ihre Erwartungen nicht erfülle Hui, das hört sich an, als hätten wir Das mit genau demselben Problem zu tun Echt jetzt? Schimpf dein Vater auch mit dir, wenn du zu viel Frosch dabei in den Zaubertrank tust? Ähm, nein Unsere Argumente haben nichts mit Froschspeichel zu tun Normalerweise Aber ich kenne es Wenn einem danach ist, das Elternteil an den Schultern zu packen Zu schütteln und zu schreien Das ist mein Leben Und ich weiß doch, was ich tue, okay? Genau so Oje, meine Mütter haben da ein paar Schultern zu viel Dass ich sie greifen könnte Aber ich verstehe, was du meinst, Liebes Ich habe das Gefühl, dass ich ihnen nie ausreichend ähne Ich lerne nicht so viel über das Zauberbrauen wie sie Ich benehme mich nicht so hexenhaft wie sie Meine Beschwörungskreise sind nicht perfekt Nicht so perfekt rund wie ihre Unsere Vorfahren können ganz schön nerven, was? Und du, Wolf, wie sieht es bei dir aus? Also mein Vater ist tatsächlich genauso Also meine Mutter ist da relativ zurückhaltend Mein Vater ist aber auch so Mein Vater nörgelt auch immer rum Aber ich glaube, an sich ist er zu viel Klingt so, als wollten deine Eltern nur das Beste für dich Wirklich? Inwiefern? Nun, Matteo In deinem Fall klingt es so, als wolle dein Vater das Beste für dich Ich weiß nicht genau, wie sein Leben so läuft Aber er will dir wohl etwas Ähnliches ersparen Allerdings denke ich, dass er dies etwas feinfühliger vermitteln könnte Nun, die Webcam anzuschreien ist wirklich nicht der beste Weg Aber ich verstehe, was du meinst In der Vergangenheit hat er mich sehr ermutigt Das gleiche könnte ich über deine Mütter sagen Ich bin ein Experte, aber vielleicht wollen sie dich in ihrer Nähe behalten Um, ich weiß nicht, dich irgendwie zu beschützen Aber es klingt für mich, als ob sie dir mehr zutrauen könnten Deinen Weg zu wählen Selbst wenn du ihn noch nicht genau kennst Das ist wirklich nett ausgedrückt, Matteo Ich glaube, wir haben ein bisschen übertrieben, Liebes Äh, ja Sich über seine Eltern zu beschweren, ist nun mal so befreiend Das ist so lustig, wie wir unsere Geschichten jeweils von einer anderen Seite sehen können Das ist doch immer so Ein schönes Gespräch, Carla Und Wolf, danke, dass du uns das irgendwie erklärt hast Hast du schon mal einen Job als Teamcoach gedacht? Du wärst der Hammerkumpel Vielleicht reden wir noch mehr darüber, Matteo Aber wir lassen dich wieder in die Arbeit, Wolf Dankeschön Ach, wenn du mich einstellst als Coach Ich mach das Absolut gar kein Problem Ich mach das sofort Auch kannst du wetten Ordentliche Bezahlung und ich bin dabei Was hab ich denn an Deko, was er sich beschwert Achso, ich hab so einen So einen normalen Futternapf gekauft Aber Futter haben wir glaube ich noch Oh, wir haben zu wenig Kratzbäume Und Katzenfutter ist tatsächlich auch gar nicht so viel, wie ich dachte Dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich so einen Futternapf noch mit hinstelle So, dann haben wir genug Katzenfutter Aber ich brauche noch einen Kratzbaum Und Spielzeug Auf zum Haustierbedarfsladen Bedurst nicht, danke Ja, ein Butter streichelt gibt's Glück Das stimmt Und Bisa, du hast nicht viel verpasst Ein paar Dialoge Aber sonst nichts Etwas gern gibt's So viel Spielzeit wie Sushi Ich glaube ja wohl, zack Also nichts übertrifft Sushi Ich kann hier halt nirgendwo noch was platzieren Aber hier Ich kann die Seite komplett mit Zeug zumüllen Wenn nicht, kann ich glaube ich hinten dran noch ausbauen Und hier links Na, hinten dran wird's schwer Aber links kann ich noch ein bisschen ausbauen Du machst hier Yumium-Nudeln zum Essen Dann lass es dir schmecken, Bisa Die brauchen ja nicht lange Da kann ich's dir schon mal wünschen Machst du dich ab, Melody Dann wünsch ich dir aber auch noch einen schönen Abend Mach's gut Gerade aufgegossen Sehr gut Ich bin noch nicht ganz so top in Bestellungen annehmen So, Cindy Du musst auch noch ein bisschen trainieren Dass du in Bestellungen annehmen besser wirst Und wir können Die Glückskarze Buddha wieder ein bisschen trainieren Mehr Goldauszahlung Buddha gibt uns richtig Zaster Da unten Da muss die Katze Katze streicheln Oh, welche Welche streicheln wir? Die Flauschige? Das wäre ja so was ähnliches wie eine Maine Coon Nehme ich mal an Oder die Böse guckende Die kann Punk das System 10% auf alle Ressourcen für jeden Punk in deinem Ding Ein Anarchist Oder ein Kunstliebhaber Diese Katze schätzt Kunst auch ohne darauf gerichteten Laserpointer Die linke Katze Die Die Kunstkatze Dann streichen wir jetzt erstmal die Kunstkatze Die, die auch ohne Laserpointer Tut mir leid, wir müssen gerade nicht mehr reden Zumute Ich war noch nie entspannt genug Um das wirklich auszusprechen Danke für dein Verständnis, Kumpel Glaub mir Niemand wird das besser verstehen als Ich verstehe, dass irgendjemand mal keinen Bock zum Reden hat Das ist Das ist für mich selbstverständlich Eingang ist blockiert Welchen Eingang? Achso den Da war ja noch ein Eingang Mal dekorieren Ausbauen Wo ist Rosa? Bände wieder dran machen Und rechts habe ich gar nicht so viel Platz Weil wenn du guckst Und hier Hier kann ich maximal eins machen Aber dann wäre der Weg nicht Das heißt, ich kann maximal hier den Bereich zum Badezimmer machen Dass jemand mal nicht reden möchte, verstehst du nicht Ich glaube jeder von uns braucht mal Braucht mal ein bisschen Zeit für sich Und ein bisschen Ruhe Nee, rechte Wand Welche An der rechten Wand Meinst du es noch Platz oder was? Ja, da sollen noch Katzenklos hin Weil Katzenstreu haben wir auch nicht mehr so viel Kann ich eigentlich direkt wieder welche kaufen Aber gleich die Großen Wir brauchen die Großen Dann nützen die kleinen Katzenklos nix Wie bei der Küchenreihe Du meinst hier hinten? Aber dann kommen die doch gar nicht mal an ihren Kratzbaum dran Hier oben ist gerade keiner Obwohl wir den Spieltisch aufgestellt haben Ich merke gerade, dass ich hier die Wand gemacht habe Kommt da eh keiner raus Dann kann ich den Bereich auch dicht machen Da kann eh keiner mehr langlaufen Jetzt nachdem ich dazu gebaut habe Pack Deko ins Eck Oh, die schöne Deko Muss doch gesehen werden Außerdem wir haben noch genug Platz Keine Sorge So, Cindy Verbesser dich Und, äh, nee Putzen musst du nicht Du musst aber alle Fähigkeiten verbessern Weil wir brauchen dich als Topkraft Hier gerade im Restaurant Das, was ich nicht bin Irgendwas ist gerade kaputt gegangen Aber unsere Leute reparieren das sofort Ich muss echt lernen zu servieren Wählen mir Leute ein Nee, noch nicht Noch kann ich nicht mehr Leute einstellen Die eine ist noch nicht ausgebildet Die ist noch nicht auf dem Niveau Sobald die ausgebildet ist Kann wir darüber reden Außerdem habe ich wieder für den einen zu wenig Scheint aber echt unser letzter Köder zu sein Tatsächlich Den wir da kaufen können Haben wir einen Mangel an Katzenklos oder was? So, Bruder Bitteschön Level 5 Oder 5 Level 4 Für die Künstler Nee, Katzenstreu haben wir überhaupt kein Problem Wir haben nirgendwo ein Problem Aber die Katzenklos hier hinten werden nicht anständig sauber gemacht Weil die so fern ab vom Schuss sind Wollte wohl gerade sauber machen Hier 12 ist eine Fähigkeit, die noch nicht reicht Wenn du dir die anderen anguckst Wir sind schon mit unserer Servicekraft ein bisschen überfordert mit 17 Super Frank hat den Ofen kaputt gemacht Ich habe noch Stühle zu besetzen Ja, ich will mich noch mehr Stühle besetzen Weil ich habe keine Räume mehr So, wen kann ich denn mal wieder anrufen? Ach, Carla kann man doch nochmal anrufen Ich habe schon lange Carla nicht mehr hier gehabt Freunde, Katze auf Futtersuche Ich will dich adoptiert So, ich brauche einen Namen für sie Brauche für diese Katze einen Namen Auch diese Katze verdient es, benamst zu werden Snowball Also eigentlich süß Was weiß ich nochmal, das war eine Kunstkatze Begeitate Ja, ich mache Menschen Ja, ich mache dir die Musik Die Tore Die Sie in der Miher Der ist quasi Das ist wichtig Berichten Sie von unserem tollen Service. Wehe, wenn nicht. Hat sie gerade gemeint, sie können nicht aufs Klo gehen? Man hat etwa gerade alle Klos besetzt. Glaube ich ja nicht. Wollen wir ein Klo kaufen? Guten Abend, Angie. Mach's gut. Mach dir noch einen schönen Resttag. Brauche ich halt noch Klo? Brauche ich noch eine schöne Toilette. Oh, die Toiletten sind besser als die hier. Sekunde, ich muss eine schönere Toilette kaufen. Schöne Toilette. Was ist denn die gute Toilette? Ach, die ganz gute Toilette gibt's nicht, oder was? Luxuriöse Toilette hier. Wir nehmen gleich mal zwei Stück. So, die steht zwar jetzt ein bisschen mitten im Raum, aber ist mir egal. Soll sich Oma doch im Grab umdrehen. Hallo, Wolf. Ich bin in deiner Nähe immer so entspannt, weißt du? Du bist wie eine menschliche Waldlichtung. Das hat auch noch keiner zu mir gesagt. Ich bin. Das war's für heute. Teilweise brauchst du echt eine Servierenfähigkeit von 21, das ist unglaublich. Solange ich keine Dixiel-Klos aufstelle ist alles gut, die hatten wir am Anfang. Von denen haben wir uns distanziert. Apropos Klos, ich kann hier nochmal so ein großes mitnehmen. Das können wir dann nämlich gleich aufstellen. Ja, ich stelle nur Toy Toys auf, richtig. So, Snowball, gleich mal trainieren. Snowball hat aber echt hohe Fähigkeiten. Plus eins für jede Hexe im Café, finde ich gut. Oh, da oben kann ich reden, auch wenn keine Sau mehr da ist. Nein, es ist weg. Och, Mann. So, wir überspringen das mal. Ja, die meisten Leute sind zufrieden, außer die, die halt nichts mehr zu essen gekriegt haben. Aber es kommen die auch kurz vor Schluss und wundern sich dann, dass sie nichts mehr zu essen kriegen. Was ist denn das für eine Unart? Auf uns übrigens. Ich hab gesehen, du hast auf deiner Wunschliste ein Spiel, was jetzt überhaupt nicht zu dem hier passt. Ähm, White Day, A Labyrinth Named School 2 Wusste ehrlich gesagt nicht, dass es einen zweiten Teil dazu gibt Ich hab das nur durch Zufall gesehen, dass es einen zweiten gibt Und ich mochte den ersten tatsächlich sehr gerne Ich hab ihn nicht selber gespielt, ich hab ihn bei Bruga gesehen Ähm, es würde mich mal interessieren, ob die auch so diese lokalen Mythen, die sie im ersten Teil hatten Auch so im zweiten Mal, also im zweiten Umsetzen Hast du vor, das irgendwann mal zu machen? Weil das würde mich tatsächlich interessieren, sowohl der erste als auch der zweite Ich helfe auch beim Übersetzen Äh, Einzelspieler Das ist ein richtiges Spiel Also das erste ist sogar sehr beliebt Das zweite ist eher durchwachsen, wie ich das gelesen habe Ich hoffe, das wird noch fix So wie das Wie das so anmutet Oh, Spieltisch Ihr will mitspielen Wackere Freunde, ihr habt euch alle hier versammelt Für das Abenteuer eures Lebens Oh, spiel die Pen & Paper, ich will mitspielen Matteo, mein Lieber, zum letzten Mal Ich werde mich nicht an einem Crowdfunding für Plätze zum Versteckspielen beteiligen Nein, liebe Finlay Finlay, deine luste Truppe soll eine Abenteuergruppe bilden Um das Land auf der Suche nach Ruhm und Reichtum zu bereisen Matteo zeigt auf einen Stapel Regelbücher, Papier und Würfel Den er sorgfältig auf dem Spiel platziert hat Die spielen echt Pen & Paper Ich will mitspielen Ich will mitspielen Ich schreibe ja derzeit auch ein Regelwerk Ich komme auch richtig gut voran Also Das Regelwerk Das nimmt immer mehr Gestalt an Und ich bin so glücklich, wenn ich damit fertig bin Weil das dann Weil dann ist cool Wenn man so ein Pen & Paper spielt Und man hat das Regelwerk selber geschrieben Und das Regelwerk ist gar nicht so schlecht Dann ist das schon irgendwie nice Oh, ist das so ein Rollenspiel Von dem ich schon so viel geschwört habe Wie aufregend Was macht der Bade? Äh, der Bade ist noch nicht fertig Der Bade hat derzeit, glaube ich Insgesamt acht Lieder, die er lernen kann Aber die Magier haben inzwischen Glaubt knapp über 100 Zauber fertig Die müssen nur noch von den Mana-Kosten gebalanced werden Beziehungsweise da fehlen noch ein paar Zauber Weil das Wind-Element hat noch nichts Und das Holz-Element hat noch nichts Oh, oh, was rollen wir denn? Und wohin? Puff, 100 Das ist erst der Anfang Da kommen noch die ganzen Kampftechniken Und da kommen noch die Badenskills Das ist alles erst der Anfang Äh, da gibt es wohl einiges auszupacken Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein Das ist ein Rollenspiel Kala oder kurz RPG Okay, habe ich schon mal was drüber gelesen Wir finden Charaktere und spielen die, oder? Und dann füllen wir mühselig irgendwelche Dokumente aus Charakterbogen Trinkt nach Lust verflogen Aber jetzt sei mal nicht so Es ist am Anfang ein bisschen Arbeit Den Charakter zu erstellen Aber Charaktere erstellen Macht tatsächlich einen Heidenspaß Also ich persönlich erstelle für mein Leben gern Charaktere Deswegen bin ich auch Also bin ich sehr, sehr gerne Game Master Weil da kann man ja theoretisch Für jeden NPC einen Charakter erstellen Das ist lustig Ich mag das Du mal allein Und was sich reimt ist Ja Finlay, ihr übernehmt die Rollen der abenteuerlustigen Helden Während ich der Spielleiter euch vor die knifflige Herausforderung stelle Die ihr überwinden müsst Wir spielen ein Spiel namens Kätzchen und Kavernen Oh Hier spielt Kriegerkatzen in einer fantastischen mittelalterlichen Welt Ich mach mit Ich mach sowas von mit Ich bin eine schwarz-grau getigerte Katze Grüne Augen Oh, was für eine Klasse Leute, was für eine Klasse würdet ihr in so einer Welt spielen So von klassischen Fantasy-Klassen Jemand die aus Dungeons & Dragons World of Warcraft und so weiter noch kennt Cat Warriors Cat Warriors Was für eine Klasse würdet ihr spielen Ich spiel zur Zeit in der Dungeons & Dragons Gruppe So alle zwei Wochen mal mit Und Ich würde wahrscheinlich Da spiel ich derzeit ein Illusionsmagier Vielleicht würde ich jetzt auf einen aggressiven Magier gehen Oder auf so einen Ritter Rittercharakter wäre vielleicht auch cool Und diese Katzen können aufrecht stehen und ein Schwert führen und so weiter Warum auch immer Wolf Was möchtest du denn für eine Art Charakter spielen? Eine Katze oder ein Waschbind? Ich nehm die Katze Natürlich bist du eine Katze Aber welche Klasse möchtest du spielen? Ich kann mir eine Klasse aussuchen? Genau Dann bitte obere Mittelklasse Ach, bin ich Nein Kämpferin, Schurke, Zauberin Sowas in der Art Du kannst alles sein, was du willst Barbaren Katze Einen dicken, fetten Brocken Okay Oh, das gefällt mir Dann wäre ich gerne eine Musikerin Oh, kann ich die Besitzerin einer Tierhandlung sein? Matthäus seufzt Tief und erschöpft Alle Spielleiter dieser Welt Würden diesen Seufzer wiedererkennen Ja 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 Ich kenn das auch Auch wenn du mit Spielern irgendwelche Charaktere erstellst Und dann der Spieler um die Ecke kommt Ach, ich hätt gerne noch dies und jenes Das Kann ich das sein? Und du denkst dir Das kannst du vielleicht werden Aber es ist noch nicht im Regelwerk Irgendwie erstell deinen Charakter erst mal fertig Dann können wir drüber reden Na gut Dann bin ich eben eine seltsame, fantastische Kreatur Wie wär's mit einer Hexe? Hier ist dein Charakterbogen Was für eine Klasse möchtest du spielen? Was ist denn ein Tazar? Achso, ein Barbar Ach Gott Barbar? Nekromant? Oder Nekomant Oh Ein Nekomant Oder ein Clown, Rika Ähm Ich will Nekomant sein, bitte Oh je, der schreckliche Nekomant Wenn eine Katze ihre neuen Leben aufgebraucht hat Kann dieser verdorbene Magier ein Zehntes gewähren Als geistloser Diener des Böses Ich will etwas anderes sein Oh, ich kann mir die alle anhören Ein Tazar Ah, die mächtigen Tazaren Ihre mächtigen Tatzen können jedem Gegner den Garaus machen Ich bin ein Tazar, hört mich brüllen Dann will ich die letzte Klasse auch noch Ein Clown, Rika Oh, die frommen Clown, Rika Sie beten ihre Gottheit Vibrissa Die ihnen mächtige Wundheilung gewährt und sowas Ne, ich, ich, ich will der Nekomant sein Und wie möchtest du heißen, verdorbener Nekomant? Horstendorn von Tannenholz Doppel-McGubbins Oder Kala Lala sucht nun einen Namen für mich aus Ich will, dass Kala einen aussuchen Gute Güte, ähm Wie wär's mit Wolf? Ich glaub, der Name würde zu dir passen Oh, okay Dann bleiben wir bei Wolf Äußerst, ähm, kreativ Oh, das, das ist ne Wie würdet ihr so nen Katzenkrieger nennen? Also so nen Katzen-Nekromanten Boah Mir fällt ehrlich gesagt gerade nichts Gutes ein Pondric vielleicht So was in dem Dreh Aber mir fällt gerade nichts ein Katnova Ich bin, äh, Fingelstein der Bade Meine miausterhaften Lieder werden die Herzen so mancher Holdenmeid erobern Beser Beser Beser, hol das Großschwert Miausterhafte Miausterhafte Waffen Rutz, hol das Jagdhorn Rupidor Voldemur Oh, Voldemur Voldemur find ich gut Wie nett Und ich bin Cronwell Die böse Hexe Muhahaha Ich spiele gerade in zwei Runden Äh, wöchentlich DND In der ersten Runde spiele ich Ein Ein Rabaxi Ranger Daquan In der zweiten bin ich ein Kleriker Order the main Okay Cool Ich bin in den meisten Runden nur, nur, äh, tatsächlich Spielleiter Also ich hab zwei Digimon-Runden Die einmal im Monat stattfinden Die sind, äh, da bin ich Spielleiter Da hab ich auch das Regelwerk geschrieben Aber das ist deutlich sparsamer als das, was ich aktuell schreibe Und, ähm Ich Ich bin noch in der One-Piece-Gruppe, die wöchentlich stattfindet Spielleiter Und in Jetzt in der einen Dungeons & Dragons-Runde, die halt so ungefähr alle zwei Wochen stattfindet Bin ich ein verrückter, ein verrückter Illusionist Und in einer einmal im Monat stattfindenden Runde bin ich ein Ähm Bin ich ein Dings Ein Okkultist War mein Lachen böse genug? Ich hab lange geübt Gut, wir sind fast fertig Ah, Will, sag mir, was du sein willst, Kumpel Äh Ich werde der Besitzer eines kleinen Unternehmens sein Ist das echt eine Klasse? Hm, na gut Wie wirst du heißen? Matteo Matteo vergräbt seinen Kopf hinter dem Spielleiterschirm Der Spielleiterschirm ist voller Tabellen, kurz Regeln Aber sein wahrer Zweck besteht darin, frustrierten Spielleitern als versteckt zu dienen Ja? Kann ich nachvollziehen Cool, dann gehen wir mal alle nach Hause Wir würfeln unseren Charakterbogen noch fertig aus Und geben vor, dass es uns wirklich interessiert Danke Matteo, ich freue mich schon auf dein kleines Rollenspiel Hier ist die Hintergrundgeschichte meines Charakters, die ich bis jetzt geschrieben habe Das sind aber nur die ersten sechs Seiten Ich schicke dir den Rest per E-Mail Bitte lies sie vor dem ersten Spielabend durch, ja? Ich kenne das Ich kenne das so gut Vor allem, wenn es mal wieder NetWendy reagelt, ja Aber ich kenne das so gut Hintergrundgeschichte Ja, das mache ich öfter Das ist genau das, was wirklich passiert Das ist bei unserer Dungeons & Dragons Runde übrigens auch passiert Dass es Charaktere gab So mit einer langen Hintergrundgeschichte Ey, du wolltest es vorgeschrieben Deine ging, deine ging Ne, die Sache ist Da sind so Es ist so ein automatischer Tisch Und einer der Spieler hat gemeint So für die Vorgeschichte Es passt nicht alles auf den Zettel Soll ich noch einen ausfüllen? Und es ist ein Zettel für Kurzsachen Und ich habe drauf geguckt Er hat sich kurz gehalten Für das, was er alles gemacht hat Im Vergleich dazu Ich habe zwei Zeilen gebraucht Weil mein Charakter einfach so verwehrt ist, dass er nichts weiß Und zwei Seiten Kurzgeschichte sind auch in Ordnung für eine Vorgeschichte Drei Seiten gehen auch Ab Kurzroman wird es problematisch Und wenn sie schon sagt, sie hat jetzt sechs Seiten geschrieben Den Rest schickt sie per E-Mail Könnt ihr davon ausgehen, dass das mindestens sechs Seiten noch werden Das heißt zwölf Seiten gesamt Minimum Ihr lasst einen erschöpft aussehenden Matteo am Spieltisch zurück Das Leben eines Spielleiters ist hart Ich glaube ich hatte drei Ja, drei sind voll okay Drei Seiten sind in Ordnung für ein Spiel Also drei Seiten ist nicht Ist nicht tragisch Sofern man sie lesen kann Und man nicht nochmal mit der Rechtschreibung drüber muss Ich habe heute auch einen Text Den ich letzte One Piece Runde ausgeteilt habe Habe ich heute nochmal durch ein Programm gejagt Tatsächlich Was mir Grammatikfehler rausmacht Weil ich hin und wieder ein Wort gedoppelt hatte Erstaunlicherweise Und hier und da den einen oder anderen Fehler Da ist so ein KI-Programm, was einem da nochmal drüber geht Tatsächlich sehr hilfreich Kann ich auch jedem nur empfehlen, sowas nochmal zu machen Deswegen, der neue Text dürfte weitestgehend Den ich heute freigeschaltet habe an die Leute, die mitspielen Dürfte weitestgehend fehlerfrei sein Oh, die da oben wollen weiterspielen Will mitspielen Lasst mich durch Matteo hat euch alle versammelt Damit das Kätzchen- und Kavernenrollenspiel beginnen kann Sein müdes Gesicht lugt hinter seinem Spielleiterschirm hervor Während er eifrig Notizen schreibt Können baden kann ich dir zehn machen Äh, zehn, zehn Lieder Wir können das gerne mal zusammen durchgehen Ich hab schon, ich hab schon ein paar Ideen Aber du kannst gerne da mitgucken Ich bin immer froh um jede Hilfe, die ich kriege Können, können wir gerne mal Achso, du meinst für, für Hintergrundgeschichte Schreib mir zehn, wenn du willst Ich verspreche dir Ich werde sie alle lesen Aber ich verlange von dir, dass du sie vorher durch das Programmierst Seid gegrüßt, Abenteurer Seid ihr für unser großes Abenteuer bereit? Fingelstein, der Bade ist gut vorbereitet Bevor ich ein Abenteurer war War ich eigentlich die Prinzessin eines fernen Königreichs Mein Vater, Herzog Fingelfried War der erst War die erste Hand des Königs Äh, ja, das können wir nach dem Stream machen Das ist, denke ich, okay Ja, äh, Fingelstein Wir können deine Vorgeschichte später durchgehen Vielleicht Matteo, da muss ich dich jetzt rügen Neben den Spielern Weil ein Spielleiter So blöd es auch ist Hat jedes Stück Vorgeschichte zu lesen Tut mir leid Da muss ich jetzt mal von einem Spielleiter zum anderen Muss ich mal rügen Ein Spielleiter muss vorbereitet sein Ein Spielleiter muss Wirklich jedem Charakter auch Zeit geben Lisa, ich guck dich an Weil für dich gibt's Für dich muss ich da noch Noch was finden Im Ben & Paper Ähm, nee Aber da muss man sich auch die Zeit nehmen Und wenn jemand irgendwie Ideen hat Vorschläge Dann muss man Auch wenn man sie ablehnt Muss man Zumindest sich mal Gedanken drüber machen Ob's sinnvoll ist So, wie sich das gehört Aber ich habe Handzettel vorbereitet Hier ist mein Stammbaum Mauer Cronwell, die böse Hexe ist da Ich werde böse Dinge tun Zum Beispiel Ähm Arvel, hilf mir mal In welcher der zwei In allen Weser wird noch Maräne-Chef Genau Ui Katzen Oh, hi Ray Schön, dass du da bist Nicht nur Katzen Wir machen gerade Pen & Paper Einem Mann die Haare verbrennen Oder so Ich werde einem Mann die Haare verbrennen Aber das ist gemein Kann ich meine eigenen Haare verbrennen? Zählt das als böse? Wolf Wen spielst du nochmal? Ich bin kein Waschbär Ich bin ein Nekromant Äh, Nekomant Entschuldigung Ein Nekomant Das ist richtig Wolf als Nekomant Richtig Ich bin Matteo Ich liebe die Geschäftswelt Und mein Handy Ich liebe mein Handy nicht Äh Ciri Bitte schalte dich aus Und äh Ich hab's nicht so gemeint Es Es tut mir leid Dieser Sohn wäre eine passende Frau Alles klar Seid ihr bereit für das Abenteurer Unserer neuen Leben? Bereit Oh je, ich bin so nervös Ähm Ja? Hast du dich gerade bei deinem Telefon entschuldigt? Ähm In der Zeit vom Untergang von Katlantis bis zum Aufstieg der Söhne Katrius gab es ein ungeahntes Zeitalter Und darin erschienen Nun ja Ihr vier Ihr tapferen Abenteurer seid in die böse Berghöhle des bösen Zauberers Donner gereist Ihr seid, ähm Ihr, äh, sein, ähm Böser Berg sieht So böse aus Er ist so schwarz und dunkel und böse aussehend Fantastisch Es ist, als ob ich wirklich dort wäre Also tut mir leid Uh, Pan Am Paper in einer Katzenwelt Ich plädiere dafür, dass wir das als Nachfolge Pan Am Paper spielen Lass mich erstmal ein Regelwerk fertig schreiben Aber da, da kann man doch noch ein bisschen mehr machen Da kann man, das kann man doch schön ausführen Kann man doch sagen Sein finsterer Berg steht in einer kahlen Umgebung Finstere Wolken ziehen sich darüber zusammen Ein Gewitter breitet sich aus Und Ihr Abenteurer steht am Fuße jenes Berges Dessen spitze Gipfel euch mit Angst erfüllen Ich bin dann eine Maus oder ein Wiesel Alles klar Warum sind wir eigentlich hergekommen? Hat der böse Zauberer uns etwas angetan? Ihr, ähm Habt den Auftrag angenommen Den bösen Zauberer Donner zu erschlagen Wer hat uns den Auftrag gegeben? Oh, war es mein Stiefvater? Der Fähenkönig von Orealis? Es Nein Es war irgendein Typ Ein Tavernentyp Oder ein Mauswiesel Perfekt Beides zusammen Nicht jeder kann ein guter DM sein Ein Tavernentyp Denkt dir doch zumindest Namen aus Ich weiß Anfangs Muss ich jetzt Ihn auch mal ein bisschen in Schutz nehmen Als neu anfangender DM ist es immer schwer mit den Namen Da hatte ich Hatte ich Hutz als gutes Äh, gutes Wiesel hätte ich beinahe gesagt Als guter Trainer dabei Der von jedem Dämlichen Ja, das ist Frank Von jedem Dämlichen NPC Der zufällig mal auf der Straße getroffen wurde Ähm Einen Namen haben wollte Sodass ich eine Namensliste gemacht habe Die ich immer bei mir trage Für den Fall, dass Hutz irgendwann mal aus dem Gebüsch springt Und sagt Wie heißt der Typ da vorne? Und dann sage ich Das ist Oleander Mit seiner Frau Mathilda Oh Du bist also hier Um Einen Donner für diesen Tavernentypen zu erschlagen Aber Das Tor zu den unteren Ebenen Seines Verließes Ist für Unliebsame Außenstehende versperrt Was tut ihr? Lege mich auf den Boden und heule Du, ich bin Mathieu Und ich habe meine Vierteljährliche Prognose nicht erfüllt Wolf, bitte Welchen Weg willst du an dieser Tür vorbei? Ich klaue etwas Müll Mein Necromant Team möge die Tür bewegen Äh Fingerstein Meister des Aufschließens Mach dein Ding Oh ja, Wolf Ich wurde in der Kunst des Aufschließens Von einem Meisterschlosser gelehrt Dem großen Ich, äh Mach's da Ja, großartig Warum würfelst du nicht mit deiner Aufschließfähigkeit Fingerstein 2D6 plus Wie sehr du diese Tür auf einer Skala von 1 bis 10 hast Binley würfelt eine 4 Oh, na gut Du versuchst die Tür zu öffnen Aber es gelingt dir nicht Mauswieselbade Ich will dann aber ein hässliches, haarloses, affenartiges Affenhaustier haben Und wir nennen ihn Albert Oh Gott Ich, ich seh grad auch aus wie Matteo als Spielleiter Also, passiert nichts? Ja, es, ja, nichts passiert Oh, wenn das so ist, äh Fingerstein spürt den tiefen Stachel des Versagens in seinem, in ihrem Herzen Es erinnert sie an die Zeit, als sie Aber Du bemerkst ein wirklich cooles Rätsel, das in die Tür eingraviert ist Du könntest es dir genauer ansehen Also, das ist bestimmt nicht Wolf, hast du eine Idee? Darf ich da dann einen Stein nachwerfen, nach dem affenlosen Haustier? Ich meine, mit Nekromantien möge die Tür bringen Ah, dass eine Holztür ist Und Holz technisch gesehen tot ist, richtig? Also kannst du sie doch wieder auferstehen lassen Ich, äh, kann sein Okay, warum würfelst du dich für den Auferstehungszauber? 2 D6 Plus dein großes Gehirnwert Du hältst die Würfel in deinen verschwitzten Handflächen Alle schauen dich erwartungsvoll an Du würfelst Net 20 Natürliche 20 Die Chance mit, äh, zwei sechsseitigen Würfeln zu erreichen Ist unglaublich niedrig Seien wir ehrlich Ich hab die Würfel gezinkt Ihr habt die Würfel gezinkt Tut mir leid, aber Ja, das ist dann Albert Und daneben liegt dann ein Stein Ist in Ordnung Ja, ich lass dann Todes Holz wieder auferstehen Oh, ähm, fein Die Tür steht also auf Und geht aus dem Weg Es tut mir so leid, dass ich im Weg war Ich bin ja eine Tür Das ist nun mal mein Ding Nur, dass ihr es wisst Ich hatte ein wirklich cooles und unterhaltsames Rätsel in mir Der Spielleiter war so stolz auf mein Rätsel Aber ihr könnt wohl einfach reingehen Ich, äh, glaube, das Spiel ist für heute beendet Äh, gute Arbeit, Team Aber ich kam gar nicht zum Zug Nicht mal ein klitzekleines Feuer Jeder von euch bekommt, sagen wir mal, 200 EP Ja, das klingt gut Die Abenteurer verlassen den Tisch Und lassen dich mit Matteo zurück Matteo sieht ein bisschen benommen aus Nun höre ich die Tür als per Anhalter Was? Per Anhalter durch die Galaxis? Die Tür, achso, die Tür als per Anhalter durch die Galaxis Die immer seufzen Wenn, wenn irgendwas ist Ja Ähm Kleiner Tipp an Matteo Ja, Rätsel kann man wegschmerzen Ähm, wenn Die Gruppe dein Rätsel, äh, nicht versteht Oder besser gesagt Dein Rätsel nicht, nicht findet Und Irgendwie anders dran vorbeikommt Bau es zu einem späteren Zeitpunkt Nochmal ein Ich meine, wenn die Gruppe es noch nie gesehen hat Dann Es ist egal Und du bist der Spielleiter Du bestimmst die Welt Ob das Das Rätsel an der Tür jetzt das gleiche ist Wie das später Das wissen die Weiß die Gruppe nicht Du brauchst dir nicht ständig ein neues Rätsel ausdenken Wenn die Gruppe das beim ersten Mal nicht gefunden hat Setz es beim zweiten Mal ein Das ist nicht verloren Die Arbeit muss nicht weg sein Ich kann das nächste Spiel kaum erwarten Ach ja, gut, dass du das sagst, Kumpel Das war nicht ganz das, was ich erwartet habe Aber schon gut Vielleicht wird das nächstes Mal besser Tut mir leid, dass ich die Würfel gezinkt habe Überlässt Matteo fürs Erste seinen Notizen und Würfel So will ich aber sagen Ich beende das mal für YouTube Ihr lasst ein nettes Kommentar da Einen Daumen nach oben Und wir sehen uns beim nächsten Mal Wenn es weiter geht mit Catcafé Manager Bis dann, euer Wolf Karri Qures Ich bin auf dem Bett Ich bin der